Ist es mein Song? Nee. Ist es nicht mein Song? Hey, Ocelapedia. Hier ist Lukas Rieger. Ich mache gleich jetzt ein Musical.ly Quiz und muss jetzt die Songs erraten, so dass ich das Musical.ly gemacht habe. Also seid gespannt. Okay, pass auf. Da habe ich einmal den... Da habe ich auf jeden Fall einen Speed-Up von meinem... Okay, jetzt habe ich gemacht. Warte, 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 warte. Ist es mein Song? Nee. Ist es nicht mein Song? Hä? Ich weiß genau, ich habe noch... Ich weiß auf jeden Fall ganz genau, dass ich bei dieser Session habe ich jeden Fall dieses mit dem Apocadabra gemacht. Crazy or round oder so. Keine Ahnung. Oh, oh, my friends. Oh, der Friends Challenge, der hätte sich nie, echt nie draufgekommen. Ich dachte, es ist das ein Bieber oder so. Hö, oh, my love. Oh, 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 oh. Das ist das mit der offene Haare. So, das war das Musical-Quiz mit mir, Lukas Rieger und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann vielleicht bis zum nächsten Mal und haut rein!